Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Lass uns gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir noch sehen, was dieser Tag für dich bereitet. Das sieht sehr spannend aus. Yes, da gucken wir mal rein und es geht los mit der Freundlichkeit. Meine ehrliche Freundlichkeit durchströmt meine Welt und berührt alle Herzen mit Sanftheit. Alle Herzen mit Sanftheit zu berühren, ist natürlich etwas sehr, sehr Wertvolles. Es bedeutet nämlich, dass du in jeder Situation Fülle und Glück siehst. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, was du auch sehr lange hast vermissen lassen im Leben. Dass du Positives siehst anstatt Negatives, sonst war der Fluss eher in die andere Richtung. Heute kommst du aber so ein bisschen in die Leichtigkeit oder besser gesagt, die Leichtigkeit probiert an dir zu arbeiten. Durch die Strömung der wahren Freundlichkeit, somit auch der wahren positiven Resonanz zu dir und deiner Arbeit an dir selbst. Und das ist sehr wertschätzend, weil du hier auch in die Fülle schaust und auch verstehst für dich, dass diese ehrliche Kommunikation sehr große Störfelder in deinem System, aber auch um dich herum, auflösen kann, weil du bereit bist, neu anzufangen. Und dieser Neuanfang, der sollte, naja, nicht unbedingt nur auf dein Leben zurückzuführen sein, sondern auch auf all das, was in dir vorgeht. Neuanfang des Herzens, Neuanfang deiner mentalen Stärke, der Neuanfang schlechthin. Und das ist mit Freundlichkeit gefüllt, was dir natürlich die Kraft dann gibt, hier neue Bäume auch auszureißen und sie woanders festsetzen zu lassen. Und das ist jetzt deine Reise, die beginnt. Also es ist jetzt wirklich ein Reset-Knopf für die Ewigkeit, weil jetzt Neues aufgebaut wird. Und da hast du gleich den Seraphim Metatron. Fokussiere dich auf dein Ziel. Du schaffst alles, was du willst. Und das ist natürlich schon wieder so postwendend einfach nur Zucker, weil, so nochmal ein bisschen mittig legen, weil man natürlich versteht, dass in der Freundlichkeit dann dein Ziel liegt, also eine positive Art und Weise gelebt wird, dass du glücklich werden kannst. Und dieses Glück, das ist ja jetzt für dich bestimmt, weil A, hast du im Beruflichen jetzt die Möglichkeit, dich glücklich zu entscheiden. Du hast in der Möglichkeit des Neuanfangs das Glück deiner wundervollen, erdlichen und freundlichen Kommunikation. Und auch bei inneren Kindthemen, die die letzten drei, vier Tage sehr präsent waren, hast du das Glück, dass du die Lernaufgabe dahinter jetzt verstehst. Dadurch kannst du dir neue Ziele setzen. Und das ist etwas, was du immer vom Außen abhängig gemacht hast. Diese Zielsetzung für dich. Jetzt hast du aber verstanden, dass deine Ziele eben deine Ziele sind und nicht das, was andere von dir wollen, erwarten oder verlangen. Ganz egal, du merkst, dein Energiefeld richtet sich jetzt für dich erstmal aus. Und dieser Neuanfang deswegen wird auch nicht mehr fremdgeleitet. Da hast du jetzt die Möglichkeit für dich natürlich, einen ganz, ganz großen Sprung zu machen im Bewusstseinsschub. Aber Vorsicht, nicht belastend der Vergangenheit gegenüber handeln. Also wenn du jetzt denkst, ich habe schon mal, ja sagen wir mal, schlechten Saft getrunken, deswegen kaufe ich nie wieder diesen Saft. Das solltest du nicht machen. Also geh zwar raus aus Wiederholungen, aber definiere diese Wiederholungen genau. Da hilft dir Metatron weiter, weil manchmal möchtest du, metaphorisch gesehen, ja auch Saft trinken und warum solltest du dann darauf verzichten? Auch wenn du vielleicht mal fehlinvestiert hast, dass du trotzdem investierst. Aber natürlich jetzt mehr bedacht. Ja, also die Entscheidungskraft und das Schöpfertum liegt ja bei dir. Von daher ist da sehr viel Fülle mit dabei. Ja, und dann kommt der Schutz noch dazu. Ich bin mir vollkommen geschützt und kann jedem Wesen diesen Schutz teilwerden lassen. Und das liegt eben auch an deiner Freundlichkeit, aber auch an der Verbundenheit, die du heute aufzeigst. Du zeigst heute auf, dass du zwar neu anfängst für dich, aber auch natürlich das Außen nicht vergessen wirst. Dass du trotzdem auch ein Teil deines Umfelds bist, ja. Viele Menschen vergessen ja dann, mit wem sie so zu tun haben und leben nur noch ihr Glück in die Richtung, in die sie es gelebt haben. Denn jetzt geht es aber auch darum, dass du verstehst, mein Schutz bringt mir ja nur so weit was, wie ich Schutz brauche oder benötige. Demnach kann ich in Feldern, wo ich keinen Schutz benötige, anderen auch Schutz geben, damit die Energie das Netzwerk des Menschen aufzeigt. Also, wie man miteinander vernetzt ist, wie man zuteil wird mit Menschen, die vielleicht in anderen Bereichen jemanden ergänzen. Da liegt heute der Schutz sehr, sehr stark da. Und man sieht hier auch, du gehst jetzt in neue Partnerschaften. Partnerschaften in Form von Kollegialitäten, Freunden, vielleicht auch die Liebe, aber eben auch Menschen, mit denen du ein Geben und Nehmen in einem höchsten Ausgleich bringst. Das ist natürlich schön, weil jetzt kannst du diese ganze neue Energie auch zelebrieren. Und es ist so unheimlich wichtig, dass du verstehst, dass wenn alles in diesen Regenerations- und Fülleprozess umgewandelt wird, du natürlich auch dafür sorgen darfst, dass dein kompletter Körper, deinen Geist und deine Seele verstehen, es ist dir jetzt ernst. Und deswegen darfst du das Ganze auch zelebrieren. Aber auch hier ein bisschen Vorsicht. Es gibt ein, zwei Menschen, die haben so einen kleinen, bösen, neidischen Blick auf dich. Da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Man sieht, dass es ein Mann und eine Frau ist, könnte eventuell auch ein Pärchen sein. Aber lass dir dein Glück hier nicht nehmen. Du bist weiterhin geschützt, das kannst du dir ja auch immer wieder sagen heute. Und dadurch, dass du anderen Schutz gibst und einfach so eine hohe Resonanz der Liebe fühlst und spürst, ja, dann merkst du dann halt auch, dass andere es nicht so gut mit dir meinen könnten. Aber who cares? Wen juckt's, wenn du doch siehst, dass die Menschen, die dir wichtig sind, glücklich werden. Ja, siehst du mal, wahre Freunde, wahre Freunde haben sich bereits im Himmel getroffen und erschaffen ein Feld der Liebe und des Mitgefühls hier auf Erden. Und genau, du bist da heute auch ein großer Bestandteil davon, weil eben das Netzwerk zählt. Diese Vernetzung und Verbundenheit zu den Menschen, die dir wichtig sind, aber auch die, die dich fördern, die dich glücklich machen, diese Menschen zählen auf deinem Weg jetzt so viel mehr, weil deine Reise ja in die Glückseligkeit und Leichtigkeit gezielt nach solchen Menschen sucht. Weil du gibst diesen Menschen ja genau das Gleiche zurück. Und da wird ein enormer schöner Fluss der Gefühle, ein enormer schöner Fluss der Gerechtigkeit und vor allem auch ein Fluss der Leidenschaft. Ja, jetzt starten. Wow. Ja, Raphael noch als Seraphim. Dein Lachen kehrt zurück. Positive Gedanken bestimmen deinen Alltag. Und das ist natürlich die Resonanz auf all das, was hier geschieht. Diese Resonanz auf, ja, dass sehr vieles nicht so gut war in deinem Leben, aber du trotzdem jetzt die Wertschätzung dafür hast und dafür jetzt neu durchstartest. Dein Leben möchte jetzt die Leichtigkeit gewinnen, bekommt es auch. Du wirst ein schöner Leuchtturm für andere sein, wie aber auch das Leuchten von anderen Menschen benötigen, um voranzukommen und deine Ziele wirklich zu manifestieren. Und das ist genau dein Weg. Dein Weg zeigt nämlich auf, dass jetzt die Fülle kommt auf drei Ebenen. Liebe, Finanziellheit und mentaler Stärke. Das ist schön für dich und ich gönne dir das auch von Herzen. Und lass gerne Abo, Like und Kommentar da. Du weißt, ich würde gerne mit dir wachsen. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann schau unten in die Infobox. Dort findest du meine Website. Da gibt es auch bald neue Coaching-Angebote.